Warum es so wichtig ist, die Lerninhalte unserer Kinder zu prüfen und dort als Eltern genau hinzuschauen, haben ja die Ereignisse rund um die kindeswohlgefährdende Sexualpädagogik in Österreich gezeigt. Und wir werden von der MFG immer wieder gefragt, warum genau dieser Antrag bei uns im Oberösterreichischen Landtag eingebracht wurde. Ja, es liegen natürlich allerhand an Materialien vor und wir haben jetzt auch einige dieser Dinge mit dabei, um nur darzustellen, mit welcher Ort und Weise von Lernmaterialien hier unterrichtet wird. Und da dürfen wir auf ein Dokument verweisen, das sowohl für Kinder mit ungefähr 10, 11, 12 Jahren in Verwendung ist und auch das Pendant dazu für die Lehrer, die das dann im Unterricht durchführen können, aber natürlich nicht müssen. Diese Broschüre ist aus meiner Sicht sehr heikel zu beurteilen, obwohl sie von vielen Landesregierungen auch als geprüft eingestuft wird und von verschiedenen Organisationen sogar zur Aufklärung empfohlen wird. Inhalte da drinnen sind keine wirklich leichte Kost und vor allen Dingen sind teilweise Dinge drinnen, die aus meiner Sicht vor allen Dingen in der beginnenden Sexualität, wo ein Kind in seiner Pubertät, also in der heiklesten Phase der Jugend aus meiner Sicht nicht einschätzen kann, was doch wirklich für das Seelenheil gut tut und wovon man am ehesten in dem Alter noch die Finger lassen sollte. Nichtsdestotrotz sind diese Unterlagen im Umlauf und wie gesagt werden auch von verschiedenen Landesregierungen zur Verfügung gestellt. Was steht im Lehrplan drinnen? Im Lehrplan steht am Ende des Tages nur drinnen, dass diese Sexualaufklärung stattzufinden hat und das auch ob da etwa dritten und vierten Klasse Volksschule. Und wir von der MFG sprechen uns dezidiert für eine altersgerechte und vor allen Dingen auch wichtige Aufklärung aus und da sprechen wir auch von den ganzen biologischen Vorgängen und Gegebenheiten, die es gilt den Kindern mitzuteilen und vor allen Dingen auch den Kindern das Körpergefühl zu vermitteln und ihnen auch zu sagen, ob wann ist es erlaubt, sie zu berühren und ob wann nicht, weil das hat einen ganz wichtigen präventiven Faktor und vor allen Dingen sollte das natürlich schon zu Hause passieren. Nichtsdestotrotz kommen sogar im Kindergarten ziemlich dubiose Literaturvorschläge im Umlauf, die als andere sind als kindgerecht und vor allen Dingen für Kinder im Kindergarten absolut ungeeignet sind. Viele dieser Literatur wird belächelt, aber am Ende des Tages geht es um unsere Kinder und genauso wie wir uns jedes einzelne Kindermärchen gemerkt haben und die ein oder andere heute noch vor irgendwelchen tiefen, dunklen Wäldern Angst haben, dürfen wir uns überlegen, was am Ende des Tages passiert, wenn wir unsere Kinder mit diesen scheinbaren Lernmaterialien beglücken. Also, Widerstand informieren wir uns, informieren wir uns auch bei der zuständigen Direktion unserer Kinder, unserer Enkelkinder und schauen wir, was da genau in Umlauf gebracht wird und vor allen Dingen von wem. Weil am Ende des Tages sind es wir, die Eltern, denen es obliegt zu entscheiden, nehmen wir diese Aufklärung selber in die Hand und wenn es dann in der Schule passiert, schauen wir, dass das über den Vertrauenslehrer funktionieren kann und auf keinen Fall durch irgendwelche externen Vereine, die dann möglicherweise ohne Aufsicht der zuständigen Lehrer diese Dinge dann noch und noch mit den Kindern ganz allein durchführen. Das Ganze wäre ursprünglich auch in einem Jugendschutzgesetz verankert gewesen, weil da am Ende des Tages sogar das Vorführen und das Vorzeigen und Verteilen von pornografischem Material unter 18 Jahren untersagt ist. Aber wir wissen es, ganz, ganz viele dieser Dinge verteilen sich sogar schon teilweise in der Volksschule und da dürfen wir uns als Gesellschaft und vor allen Dingen auch als Politik wieder die Frage stellen, inwieweit ist es notwendig, in der Volksschule schon unsere Kinder flächendeckend mit Smartphones und anderen Zugangsmöglichkeiten zu sozialen Medien zu versorgen. Also am Ende des Tages dürfen wir feststellen, wir haben in dieser Gesellschaft ganz andere Thematiken als die Aufklärung unserer Kinder durch solch dubioses Material. Vielen Dank.